Herzlich Willkommen! Wir sind hier beim AZIP, dem Austrian Center of Industrial Biotechnology. Und bei uns arbeiten 200 Forscher und Forscherinnen verteilt über ganz Österreich an Fragestellungen der Biotechnologie. Uns interessieren Fragen wie zum Beispiel, wie kann man aus Biomasse oder auch aus CO2 mit Hilfe von Mikroorganismen Chemikalien machen. Oder auch, wie kann man mit Enzymen aus Zucker wertvolle Inhaltsstoffe für Nahrungsmittel oder Kosmetikindustrie herstellen. Oder auch, wie macht man biotechnologisch hochwertige Pharmazeutika. Am TECTECH Talentetag würden wir gerne mit euch über Biotechnologie reden, was euch daran interessiert, vielleicht auch was ihr kritisch seht. Und falls ihr bei uns bei AZIP vorbeikommen wollt, dann machen wir auch gerne ein Laborprogramm mit euch, wo ihr dann selber experimentieren könnt. Wir freuen uns auf den Talentetag mit euch! Lang Jahres sind das Marketinggeme Então cup التimalist, wir wollen Und dass gimien aime blink профortoren mag sind warum ich wirklich nicht witnessing nicht mehr so was ist. Also wenn ihr lebt wenn euch das nicht пишet, dann wird es nochmal ein Deborahs redu ort. Man kann es nicht 되는 BOS-Lза, oder ist es ein Baby mal gut da. Man kann er in butigt sein, aber nein desperation ist helfen.